Nach einer regnowschen Nacht geben wir uns jetzt erst mal ein schönes Frühstück. Oh ja! Die Zutaten kommen dann wieder auf. Die Zutaten kommen wieder auf. Die Zutaten kommen wieder auf. Ich hab sie, die Schüssel, sie ist gerettet. Ja, was passiert, wenn man spült an so einem Strand? Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Hey David, mach mal'n trick! Was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Nachdem unser Campingplatz gesperrt war, haben wir jetzt hier im Wald um die Ecke einen kleinen Ort gefunden, wo wir jetzt einfach wild campen und hoffen, dass wir nicht erwischt werden. Ich gucke! ARD Text im Auftrag von Funk